Die Klüge hoch, es kann nur einen geben, der unsern Mauskroch bringt, soll ewig leben. Ja, und den Mauskroch bringen wir. Grüßenggut und herzlich willkommen im Stiftskeller Innsbruck. Wir sind gerade am Zapfen vom süffigen Gerstensaft von der Augustiner Brauerei in München. Bitte habt ein bisschen Geduld oder ruft Spaten nochmal an. Für Reservierungen erreicht's uns vom Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr. Oder ihr könnt uns natürlich auch online besuchen unter stiftskeller.eu. Prost, Mahlzeit und genießt's in kein Leben. Wir vom Stiftskeller werden unser Bestes geben. Es kann nur einen geben, der unsern Mauskroch bringt, soll ewig leben. Eins, zwei, drei, vier. Zong, zong, zong.